Sie hat mich gefragt, wer ich bin und woher ich komme und dann war ihre erste Reaktion eigentlich, oh Gott, oh Gott, Deutsche. Und für mich war das genau andersrum. Ich fand das total interessant. Also, oh, jemand aus Israel, schön. Dann haben wir uns so langsam aber sicher angefreundet. Ich hatte dann so viele Israelis um mich herum und gesagt so, du musst jetzt echt kommen, musst dir den Kibbutz von Raya angucken und überhaupt. Und tatsächlich, das habe ich dann gemacht und war Oma plötzlich auch da. Und nach zwei Jahren hin und her haben wir uns dann erschossen, okay, da probieren wir jetzt einfach in Israel zusammen. Also, na dann wollen wir mal sehen, ich sehe sie dann am Sonntag? Ja. Die Gruppe, wieder? Ja, die ist schön. Bis später. Das ist ein Balladant. Die Gruppe, wieder? Ja! 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 Du bist der Mann von der Welt. Du bist der Mann von der Welt. Aber du hast die Nerven. Wir haben die Nerven. Eigentlich gefällt mir ziemlich an den Israelis, dass sie an allem so begeistert sind und ja, viel temperamentvoller eben. Also manchmal ist es dann wirklich echt nicht zu ertragen, dass jeder immer seinen Kommentar zu allem gibt, ob man jemanden gebeten hat oder eben nicht. Man steht irgendwo und sofort passiert irgendwas. Da ist immer sofort Kontakt. Und das ist, glaube ich, eben, was Israel sehr ausmacht. Ja, kontaktfreudig. Das ist natürlich auch was aus dem Judentum, weil die sich auch immer irgendwie neu arrangieren mussten. Vistetraie ist das Plan. Vistetraie ist das Plan. Setz, verkauft werden. Mit den Deutschen bananieren, Dort Londen? Es ist eine sehr gute Erfahrung. Es kommt aufsschließend, in der Nachdenksemredit Show. die wir in Deutschland haben. Wir wollten uns in Deutschland kommen. Und alle anderen, die wir in Deutschland haben, die die Augen auf die Augen und die Augen haben. Und jemand hat angefangen zu lassen. Ich habe sie gesehen. Das war mir so sehr. Wir haben angefangen in Pappendorf, Und wir haben so viele Trifonien mit Pach. In der Zeit haben wir fünf Jahre lang und auch noch ein paar Jahre lang. Und dann haben wir auch noch ein paar Jahre lang. Es gab es so viele Jahre lang. Es gab es so viele Jahre lang. Also haben wir uns zu M-Den, zu einem deutschen Mannschaften. Wir waren schon bei uns. Wir waren schon bei uns. Ich stand schon zwei Stunden und wartete auf diesen blöden Bus und dann auf einmal riss einer der Busfahrer, das war so eine ganze Bushaltestelle mit total vielen Leuten, riss das Radio total laut auf und dann war halt ein Anschlag gewesen. Ich fertig mit den Nerven, fing an zu heulen und wollte nur nach Hause. Und dann hat mich irgendwie jemand angesprochen, der war Araber, der hat mich dann in sein Auto gepackt mit zwei kleinen Kindern hinten auf dem Rücksik, die mich nur angestarrt haben, warum heult die denn, warum heult die denn so? Oh Gott. My son live behind. Imagine, when I want to visit him, just I walk for 50 meter. Now I go 25 kilometer. 25? Yes. To reach the other side of the wall. 25 kilometer. But sometimes you go, you do it? Huh? Do you do it sometimes? Yes, of course. Weekly. Weekly? Of course. Weekly for two or three times. This is fixed for forever. Somebody say that they will remove it. It's impossible. It's impossible. You know that in Germany there was the wall too? And they broke it down? No. Yes, I know, I know, I know, I know the wall between the east and west. But it is not like this. The wall of Berlin is built from stones, stone over stone, stone over stone. With the bulldozer you can move it. But this, each plant, you know, weight 17 ton. They will never, you can't move it. If this world is built, there is no peace. No peace. In Europe, it's been so long, it's been so long, it's been so long, it's been so long. It's been so long, it's been so long. You know, it's been so long, it's been so long. Vielen Dank.